In der Supernova Gore Windstopper Laufpench stecken ganz besondere Fähigkeiten, die das Laufen bei ungemütlichem Wetter erleichtern. Eine ihrer größten Stärken ist die eingearbeitete Windschutztechnologie. Sie schützt dich nicht nur vor Wind, sondern auch vor leichten Regen. Gleichzeitig besticht sie aber auch mit Atmungsaktivität und Leichtigkeit. Die bequeme Passform gibt dir viel Freiheit. Denn der Schnitt ist an deine Laufbewegung angepasst und erhöht zusammen mit den elastischen Fasern deine Bewegungsfreiheit. Natürlich kannst du die Reißverschlusstasche für die Laufutensilien nutzen. Die Hose überzeugt mich, weil sie gemütlich und hochfunktionell ist und so viele Einsatzmöglichkeiten bietet. Und da sie optisch zu vielen Lauftextilien passt, wirst du sie prima kombinieren können. Man kann sie auch gut vor oder nach dem Training drüber ziehen und sich so warm und trocken halten. Du bekommst die Supernova Gore Windstopper Laufband entweder über deine Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach hier im